Seit 22 Jahren hat Jessica Hildinger keinen Fuß mehr in die Kinderklinik Stuttgart gesetzt. Vieles hat sich seitdem verändert, auch die Arche zum Spielen. Die war viel kleiner, man konnte zwar auch klettern. Mein inneres Kind wird hier am liebsten alles ausprobieren. Als Kind Mitte der 90er begleitet sie ihre krebskranke Schwester Julia in die Klinik. Die Arche war für mich ein Abenteuerspielplatz, ein Zufluchtsort vor dem Ganzen. Wir haben uns beide häufig zwischen den Behandlungen auf der Arche getroffen. Da war alles ein großes Abenteuer. Irgendwie macht es traurig. Jede Erinnerungen sind auch immer schön. Ich freue mich, mich wieder daran zu erinnern. Mit fünf Jahren erkrankt Julia an Nervenzellenkrebs. Jahrelang kämpft sie dagegen an. Selbst Rückfällen begegnet sie mit Trotz und Stärke. Die Ärzte sagen, dass ich noch krank bin. Aber ich glaube das nicht. Aber mir geht es gut und ich bin gesund. Ein ARD-Kamerateam begleitet Julia und die alleinerziehende Mutter in einer Zeit, in der Julia kaum Überlebenschancen hat. Ich verdränge den möglichen Tod immer. Ich denke immer, sie schafft es in allem. Ich versuche es ja auch einzureden. Ich sage immer Julia, du stirbst nicht, du packst es. Und sie glaubt dann auch dran. Zwei starke Frauen bleiben Jessica in Erinnerung. Ihre Schwester frech und durchsetzungsstark. Die Mutter eine echte Löwenmama, die Spenden sammelt, um Julia letzte Wünsche zu erfüllen. Einer dieser Wünsche, Arnold Schwarzenegger treffen. Er ist Julias ganz großes Idol. Julia, servus, wie geht's? Das kleine Mädchen wollte immer stark und unbesiegbar sein, wie der Terminator. Nur unbesiegbar sein gegen den Krebs, diesen Traum kann ihr niemand erfüllen. Mit acht Jahren stirbt Julia. Ein Schock für die damals zehnjährige Jessica. Ein Trauma auch für die Mutter, die beginnt, ihren Kummer und ihre Erinnerungen in einem Buch niederzuschreiben. Doch bevor sie es beenden kann, erkrankt auch sie an Krebs und stirbt. Jessica wächst bei der Großmutter auf. Die Gräber in Eislingen sind heute ein wichtiger Ort, auch wenn das nicht immer so war. Meine Mutter hat mich schon mehr getroffen, also das muss ich wirklich sagen. Da war ich auch irgendwie, da war ich in der Pubertät und dann war ich auch wütend. Also meine Trauer war tatsächlich erst mal Wut. Also ich bin dann die ersten zwei Jahre so demonstrativ nicht auf dem Friedhof. So, ich geh ja nicht hin, nee. Erst Jahre später kann sie verzeihen, dass ihre Mutter gegangen ist. Mit den Manuskripten von damals schreibt sie das Buch. Mami tut sterben weh, eine emotionale Reise. Nach dieser Hürde mit vier Weinen und einfach diese ganzen Erinnerungen wieder aufarbeiten. Und auch zwischendurch habe ich es vielleicht auch mal kurz verflucht, weil es war auch so anstrengend. Aber doch, es hat auch Spaß gemacht. Ich war irgendwann gleich bei 170 Seiten und dann kam irgendwann der Moment, wo ich unglaublich stolz war. Also unglaublich stolz auf meine Mutter, auf das, was sie geschafft haben. In dem Buch habe ich mich auch irgendwo von meiner Mutter verabschiedet. Nicht in Trauer, vielmehr mit Freude will Jessica zurückdenken. An ihre Schwester, den riesen Michael-Jackson-Fan. Oder an ihre Mutter, die Vollblut-Mama. Man sieht auch letztendlich, finde ich, an den Patienten, wie viel Kraft in einem steckt. Und die Kraft hat der Angehörige auch. Und die Kraft muss er den Patienten geben. Solange es geht, wirklich immer nach vorne gucken, zu kämpfen und das Beste aus dem Tag zu machen. Das Beste aus dem Tag zu machen. Das Beste aus dem Tag. Woher Jessica heute ihre Kraft nimmt, wenn sie sich über etwas freue, dann immer für die beiden mit. Freude für drei sozusagen. Und das Beste aus dem Tag. Und das Beste aus dem Tag. Und das Beste aus dem Tag.